Das Internet. Ein Universum voller Überraschungen. Herzlich Willkommen in Seiten die die Welt nicht braucht Nummer 5. Heute neue Folge, neue Seite, wie immer sinnlos. Ganz schnell schauen wir heute die Seite. Die Seite heißt, da muss ich ganz lesen I love you like Fataladyloveapples.com Lange Name. Schon die Name ist ein Programm. Und schauen wir sofort die Seite an. Was haben wir hier? Eine alte Frau. Ich kann mit der Maus den Hand bewegen. Aha. Ich kann Apfel, Apfel leisen. Noch mehr. Noch mehr. Geht her. Ich will einen Apfel leisen. Lecker. Mach weiter. Ups. Weiter weiter. Das ist eine Seite. Das kann man viel Zeit vertreiben. Komm. Ich will noch einen Apfel. Geht her. Na, wo bist du? Ja, hier. Mh. Mh. Lecker. Ups. Larm. Schnell. So. Mh. Oh, lecker. Noch mehr. Noch mehr. Ich will noch einer. Oh, was ist passiert hier? Oh nee. Alle Apfel sind weg. Ja, wie ihr seht. Heute vielleicht etwas an der anderen Seite. Die kann auch am ersten bisschen Spaß machen. Aber trotzdem ist es eine sinnlose Seite. Und ja, Schluss jetzt. Mmh. Ich esse einen Apfel. Mmh. Lecker. Mmh. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mmh. Mmh. Lecker. learn cup. Mmh. 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 Okay. Mmh. Menschenclap.